Hallo und herzlich willkommen zurück zu CityWare Beyond und heute mit dabei ist wieder der Chris, hallo. Warte, drei, zwei, eins. Das habe ich jetzt eben gerade ungefähr zehnmal gehört. Oh, man. Jetzt bin ich da. Gut, ich bin tot, ne? Weißt du Bescheid, ne? Ja, du bist ja gestorben. Ich glaube, habe ich ja meine Sachen schon wieder geholt. Ja, du bist ja nicht gestorben. Man kann nicht echt töten, wenn man auf K... also wenn man gerade so am Einschleunen ist. Das ist voll heftig. Ja, das passiert, ne? Aber dann habe ich wenigstens nichts, weil ich verlieren kann. Sie sind positiv. Ja, ja. Der Dom hat ja einige Folgen aufgenommen. Ich gucke gerade, ob er irgendwas gemacht hat. Ein Folgen am Stück. Also nicht am Stück, aber doch am Stück. Nicht am Stück, aber schon am Stück. Er hat auf jeden Fall dieses Feld hier komplett fertig gemacht. Ich habe das schon angefangen. Ich habe das Feld abgebaut und unser... Das ist ein weißes Feld? Ne, ne, ich habe das, ähm... unser erstes Feld und unser erstes Haus habe ich abgerissen. Ne, gib mir an. Kein Essen. Und, hast du gehört, unser erstes Haus und unser erstes Feld habe ich abgerissen. Ja. Und da war noch diese gerodete Erde und die hat er jetzt auch noch weggemacht. So, guck, hier ist Essen. Oder du darfst noch essen, oder? Ja, ich habe Essen. Okay. Gut, hier, guck mal hier, ich geschenke ich dir. Ich kriege ganze Zeit Schaden. Ja, ist da nicht mehr viel, aber immerhin so ein bisschen. Besser als gar nichts. Ajo. Verbrichst zwar in einer Sekunde, aber... Haben wir kein Eisen mehr oder so? Doch, haben wir. Haben wir ein bisschen was. Also, ich habe was. Warum bist du denn so geizig? Warum bist du denn so ein geiziges Arschloch? Das kennt man nicht doch, oder? Ja, stimmt. Anders kennt man dich nicht. Ne. Ich habe zwei gekochte Ratten. Lecker schmeckt gar nicht. Auch voll gut, ne? Voll lecker. So, das ist gut. So, was brauchen wir. Ich nehme mal Schaufeln vorsichtshalber mit. Und ja, den Rest muss ich mir erst mal aus Stein machen, weil ich habe... Oh, ich habe noch eine Iron Pickaxe. Kann ich nochmal schnell, bevor wir das tun, was wir tun wollen in dieser Folge, zu meiner Höhle, äh, zu meiner Höhle, zu meiner, ähm... Ach schon, zu meinem Feld gehen? Ja, weil ich. Klar. Und ich muss leider nochmal einen Cut machen an dieser Stelle, weil ich jetzt wieder die Fragen nicht offen habe. Moment. Was für ein Idiot. So, da bin ich wieder. Und ich würde sagen, also wir machen heute, ähm, etwas langweiligen Stuff. Warte, erst mal schlafen. Ähm. Affen ist sehr langweilig. Und zwar suchen wir nach Dias. Oh, du hast schon geschlafen. Perfekt. Ähm. Und währenddessen, dass es nicht ganz so langweilig ist, machen wir einen Tag, den Deep Question Tag. Deep Questions. Deep Questions Tag. Oh, der Eingang ist gebaut. Cool. Ja, das habe ich jetzt mal so grob gemacht. Geht schön aus. Ja, ich habe das spiel noch schöner. Eben gerade gemacht. Nee, nee, vorhin. Wird noch schöner. Ähm, ja, also fangen wir mal mit der ersten total tiefgründigen Frage an. Chris, magst du Nussbäume? Nussbäume? Ja. Ich mag generell Nüsse. Nüsse sind super. Die sind super nah, super setting. Die sind einfach super. Super Nüsse. Ja, da kann ich nur zustimmen, ne? Also, Daumen hoch für Nüsse. Ja, genau. Daumen hoch für Nüsse. Wie soll ich sagen, wir gehen einfach von dir aus irgendwo hin, wo wir uns dann runtergraben können? Ja, ohne Momento darf ich hier erstmal meine Lillipads verteilen. Dankeschön. Nee. Ich habe mir schon mal ein bisschen Gysal angebaut, falls du's... Ja, sehe ich. Danke. Das ist nett. Das waren die Gysal, die ich gefunden hatte und die habe ich ja gerade mal gegeben. Gut. Da sind nur noch zwei Felder, die noch nicht gehackt sind, aber das macht nichts. Oh, und ich habe letzte Folge einen Werwolf getötet, ne? Aber als Mensch, oder? Ja. Ja, ja, so einen richtigen Werwolf getötet. Und der hat einfach einen goldenen Apfel getroppt. Nice. Kannst du mir das nicht mehr geben. Pff. Welch lebst du denn? In... Aber hier, guck mal hier. Ich kann dir noch was geben. Bitteschön. Ein Eisenschwert? Okay, danke. Ein Eisenschwitzhacke. Ich würde zwar lieber ein Eisenschwert, aber gut. Das ist halt nicht vorher sagen. Ich hätte es dir machen können, ne, aber... Ja, dann werde ich halt wieder sterben, ne? Dann wissen wir schon, wie das läuft. Dann wissen wir schon Bescheid. Okay, folgst du mir einfach, oder? Ich versuch dir zu folgen, solange ich dich im Blick habe. Wenn nicht, schreie ich! Schrei! Okay. Ähm. Ist die Welt eine gute? Welche Welt? Minecraft oder unsere Welt? Unsere Real-Life-Welt. Oder meint er vielleicht auch Skyrim? Oder meint er vielleicht auch... Weiß nicht. Was gibt es noch für Welten? Es gibt so viele Welten. Aber nur die eine, die heißt Realität. Was ist Realität? Vielleicht leben wir auch alle in der Matrix, weißt du es? Was sind die Fragen des Lebens, die mich jeden Tag zum Bein bringen und zu schlaflosen Nächten bringen, Chris? Ja. So ist das. Oh, wie süß ein Schwein. Hütte es. Nein, Chris, nein. Wir haben Früchte. Ja, alle haben doch gar jetzt erwartet, dass ich das Schwein töte, ne? Alle haben es erwartet jetzt. Oh, und da ist schon eine Höhle sowas, oder? Ist das eine Höhle? Ah, nicht ganz. Obwohl doch, hier geht es noch rein. Wartet mal. Der ist sehr tot. Schade. Schade. Leider nicht. Okay, gehen wir weiter. Schade. Oh, ein Schwein. Hallo, Mr. Schwein. Na? Oh Mann. Was denn? Ich habe gar nichts gemacht. Also wirklich nicht. Oh krass, das lebt wirklich noch. Hach, echt. Respekt. Respekt für die Letzt. Hast du also ein Vogel getötet? Ja, habe ich nicht. Ne, das Gysal könnte man doch eigentlich mal mitnehmen. Der Meinung. Aber das Gysal brauchen wir doch nicht. Warum nicht? Das normale Standard-Gysal. Oh, hier sind Kühe, pass auf. Warum Gysal zieht's? Pass auf dich auf, Chris. Hier kommen Kühe, pass auf. Okay, ich tüte sie alle. Okay. Was macht das Lebenswert für dich, Chris? Was das Lebenswert macht für mich? Mhm. Boah, das ist wieder so eine deep Frage, ey. Deep questions, thank you. Deep questions. Äh, was macht das Leben lebenswert? Ähm. Was macht das Leben eigentlich lebenswert? Weiß ich nicht. Gibt's einen Grund für... Gibt's... Was macht das Leben für dich lebenswert? In der Antwort der Reise mal die Frage. Ja, ja, ja. Wo ist denn ein Goldapfel? Nee. Nee, die habe ich auch erst gedacht. So eine Zitrone. Ich habe echt Angst vor so vielen Kühe. Alter, hier sind so viele Kühe ohne Spaß. Ja, tötet sie einfach. Ja, ja, genau. Ja, okay. Da oben, da oben ist ein Rabe. Da oben ist ein Hirsch. Da oben ist ein Hirsch. Wunderschöner Hirsch. Ein Hirsch. Ein Hirsch. Was macht das Leben lebenswert? Das Leben macht es lebenswert, keine Ahnung, die Liebe seines Lebens zu finden. Liebe, Freundschaft, Geld, ganz viel Geld. Dann was von der Welt sehen. Also, wenn man die Welt, wenn man die ganze Zeit in seinem Kugeldorf da gefangen ist und irgendwo nichts von der Welt sieht, dann ist es langweilig. Und ich finde, oh Gott, warum fängt das jetzt an zu lecken? Alter. Meinst du, es leckt? Alter. Wollen wir mal vom Berg runter, weil hier finden wir keine Höhle. Meinst du? Mhm. Bin mir da nicht so sicher. Doch, doch. Ich glaube, ich bin da mir sogar sehr, sehr, sehr sicher. Weißt du, was das Leben für mich lebenswert macht? Hm? Leck freies Minecraft. Deswegen ist das Leben gerade nicht lebenswert. Ich werde mich umbringen. Harakiri. No. Alter, ist das ein süßes, kleines Wildschwein. Oh, ja, wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, oh, ist das ein süßes, kleines Wildschwein. Zack, greift es mich an. Da ist Mama Wildschwein. Bitch. Ja, zu Recht, zu Recht. Oh, Gott, einfach ankriegt. Ja, also sowas macht das Leben auf jeden Fall lebenswert. So, Freunde, Familie. Leck freies Minecraft. Leck freies Minecraft. Guck mal hier. Ich bin so sozial zu scharfen. Pass auf. Ich bin jetzt richtig sehr sozial. Aber ich würde die gerne mitnehmen vielleicht mal, wenn ich mir das merke. Pass auf. Du bist lustig. Pass auf. Nee, nicht mal. Pass auf. Zack, zack. Einfach geschoren. Nicht getötet. Richtig sozialer Mystery. Richtig badass. Ja. Sozialer badass. Alter, warum suchen wir gerade so lange nach einer Höhle? Ja, weiß nicht. Wir könnten uns einfach straight nach unten graben. Ja, und einfach so das Tripmine. Wir könnten zumindest... Wir könnten auch einfach eine Höhle suchen. Ich bin auch immer noch für die Idee, Höhle suchen. Okay. Ja, also auf jeden Fall so Sachen macht das Leben auf jeden Fall lebenswert. Da fällt gerade ein Platz runter. Was ist das? Und wir müssen Hexical Essenzen suchen, ne? Ja, genau. Ähm, von Roto, jetzt bin ich verwirrt. Wir kommen... Wir müssen da lang, ne? Ja. Ähm, okay, nächste Frage. Stell dir folgende Situation vor. Der Feueralarm ist angegangen, so wie bei Dom, und du hast gerade noch Zeit, zwei wichtige Gegenstände, die dir wichtigen, zu retten. Welche wären das? Also so, jetzt in deinem Zimmer, die jetzt in deinem Zimmer rumstehen. Ach, ich soll zuerst beantworten? Ja, klar. Ähm, oh Gott. Deilt der Computer als einen Gegenstand? Mit Bildschirm und alles? Ja. Nee. Ja, das ist... Das ist unfair. Ja, ja. Wieso? Naja. Ich finde das voll einfach. Ich würde einfach den Computer nehmen. Die Bildschirme, die kann... Du weißt das? Die Bildschirme, die kann... Sind wie jede andere Bildschirme, die in dem... Weißt du? In dem Bereich so sind. Ja, ja, klar. Aber als im PC, und da sind ja alle wichtigen Sachen drauf, und generell der PC. Keine Ahnung, also... Also den PC würde ich, denke ich, mal mitnehmen, weil da sind halt auch so Bilder drauf, in der Ruhm und sowas. Da vorne ist was cooles zu erkunden, ja? Ja? Ähm, und als zweites, was würde ich noch mitnehmen? Ähm... In meinem Zimmer ist ja kaum noch was. Ich habe ja alles schon zusammengepackt. Ähm... Oh, ich lehme Lilypads mit. Okay. Nein, ich nehme... Das nächste Kille sind. Woohoo! Nice, nehmen sie dir. Und da sind direkt auch wieder zwei nebeneinander. Geil. Geilo! Und hier liegt einfach ein Slime rum, alles klar. Würde wahrscheinlich einfach mein Katana noch mitnehmen. Du hast ein Katana? Ja. Falls man spontane Zombie-Apokalypse ausbrecht, bin ich auf jeden Fall gewappnet. Nicht schlecht. Da ist ein Baum-Mensch, ne? Mhm. Aber die tun dir nichts, wenn du sie nicht heraufbeschwörst, quasi. Achso, weil man in keine Bäume fällt. Genau, genau. Dann tun die dir nichts. Okay. Wenn ich... Kurz darauf später sind wir beide dran gestorben. Ah, die sind aber viele. Ist das so ein Baum? Ist das so ein... Ach, wie heißen die? Vielleicht liegt das an dem Dorf hier. Ah, vielleicht ist das so ein Ent-Dorf. Oh, hier. Das ist voll geil. Die haben sogar so... Oha, lass mal die Banner da mitnehmen. Guck mal. Also, guck mal. Ich schiebe da mit meinem Guck mal bei dir, ne? Arsch. Was sind welche Banner? Ach, die. Da kommen wir schon so Banner drauf. Ja. Ja, genau. Ich kann nicht mehr springen, ich Idiot. Da ist eine Höhle. Da ist eine fucking Höhle. Jetzt habe ich eine Holzstreit-Axt. Hä? Holzstreit-Axt? Na ja. Wieso? Ich wollte diesen Banner haben. Warum kriegt man da Holzstreit-Axte raus? Ja. Gönn dir einfach. Und da ist eine Höhle. Perfekt. Ich auch gleich rein. Das ist ein Friedrich-Lisdorf. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob das ein Friedrich... Alter, die haben krasse Rüstung anscheinend. Aber ich weiß nicht, ob die böse sind. Darfst du doch einfach mal an, dann wirst du es sehen. Hm, ja, klar. Und dann mischst du die dafür wieder probieren, ne? Ja, ich... Oh, die haben Kartoffeln, die man geklauen könnte. Oh, einfach. Was ist schon passieren? Einfach klauen. Das ist wie im realen Leben. Passiert nix. Hi. Oh ja. Wir sind friedlich. Echt jetzt? Kannst du ja alles nehmen. Sind wir auch friedlich, wenn ich mir die Kartoffeln nehme? Anscheinend. Ja. Oh, wir sind ja richtig sozial. Denkt mal, wie normale Dorfbewohner sind. Oh, kann man mit den Handeln? Ja, man kann mit den Handeln. Nice. Where are your Leggings? Was? Okay, die sprechen einen mit dem richtigen Dialekt... Äh, Dialektik. Na. Okay, das sind Karten. Die sprechen... Die sprechen einen mit dem richtigen... Einfach schon... Die sprechen ist schon falsch. Oha, hier ist ein Amboss. Gönn dir. Ja, ist das stark beschädigter Amboss, aber... Das ist eigentlich... Fuck! What the... Was ist das? Ich bin gerade runtergefallen. Ja, aber wehe. Du stirbst jetzt hier in so einem Gebiet. In so einem friedlichen Gebiet. Hä, friedlichen Gebiet? Ich bin hier in einer krassen motherfucking Höhle. Ja gut, deswegen komme ich gleich auch hin. Todesfalle aller Todesfalle. Habt ihr nicht noch irgendwie... Auf jeden Fall, die geben einen auch Quests und so. Das weiß ich. Ähm... Da. Trade. Mit dem kann man handeln. Tatsächlich, hier. Healing Potion. Hm, Cooked Rat. Lecker. Gekochte Ratten sind mein Leibgericht. Oh, was ist denn? Oh, ich habe jetzt nichts zum Tauschen. Hä? Okay, ich weiß nicht, wie das... Du musst auch noch mal gucken, wie das funktioniert. Dieses Tauschsystem. Und die haben... Die hat hier ein verzaubertes Dierschwert. Alles klar. Gut, was ist denn jetzt dieses gelbe Erz? Ja, ich komme zu dir. Du bist nur eingegangen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Du bist gar nicht, wo ich bin. Nein, ich sehe überhaupt nicht deinen Namen. Ein Tuschsohn. Das ist schlecht. Wie viele Minuten sind wir? Wir sind bei 15. Alles gut. Okay, dann werden wir für die nächste Folge. Oh Gott. Soll er kurz steht. Ich höre seltsame... Das ist ein Slime. Ich höre ein Slime. Das ist... Nee, das hört sich nicht an wie Slime. Also ganz sicher hört sich an wie Slime. Nein, macht so... Ja, bei mir hat das... Macht ein Slime. Bei mir nicht. Bei mir macht das ein bisschen anders. Hä? Da sind Knochen in den Steinen drin? What the fuck? Was sind das für Steine? Ja, das sind Knochensteine. Oh. Ja, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge auf jeden Fall da weitermachen am Tag. Und jetzt machen wir auch noch hier nochmal weiter. Ah ja, ich würde übrigens auch meinen PC mitnehmen. Und meine Katzen. Der Pink ist ernst gefunden. Deine Katze? Ja, Katze ist wichtig. Also finde ich jetzt mal so. Weißt du, unter einem armen PC, dann die Katzen unter dem anderen armen. Ja, Katzen... Wenn ich ein Haus hier hätte, würde ich das auch auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ist ja auch irgendwo klar, oder? Ja. Ich nehme dieses Fake-Diamanten mit. Auch. Ja? Ja, und ich nehme Eisen mit. Ich nehme einfach alles mit. Das ist so ein Holzstreitlachs. Das ist richtig unnötig. Das ist einfach mit Kämpfen. Genau. Ja, ich weiß nicht. Ich würde doch... Auf Ansicht brauchen wir ja Eisen. Wir brauchen so viel Eisen irgendwann. Wir brauchen alles eigentlich. Ja. Weißt du, was wir uns nächstes Mal machen müssen? Das hätten wir jetzt eigentlich perfekt jetzt machen können. Was denn? Wenn wir mal so ein Expeditionsturm machen. So ein Hucksack und Scraff. Das gibt ja Hucksack. Ja, mit Leder. Das kriegen wir wahrscheinlich von Kühen. Na, es gibt es auch von Ziegen und ganz vielen anderen. Ja, von Elefanten auch. Ich weiß. Aber wahrscheinlich auch von Kühen. Ja, aber wir haben ja so ein Kodex in unserer Statue. Ach, Kodex Schmudex. Ha. Direkt. Oh, was ist das hier? Oh, das ist ein grüner Block. Oliven. Nice. Okay, dann hier noch Essenstust mitnehmen. Gönnt man sich ja mal. Welche Ebenen sind wir denn? Was ist denn das für ein grüner Block? Ich bin auf die Ebene. Essenstust? Habe ich auch gefunden. Was ist das? Das braucht Drachenkralle. Für die Magical Crops. Weißt du, für diese Pflanzen, wo man Erze anbaut. Achso. Ach, genau. Die Superpflanzen. Genau, genau. Das macht der Drachenkralle. Und ich habe ihm schon eine Kiste hingestellt. Der kannst du einfach gratis dazuschmeißen, wenn wir zurück sind irgendwann. Wenn ich einfach gratis dazuschmeißen. Glaubst du, das Leben ist gratis? In welcher Welt lebst du denn? Ähm, in meiner? Okay. Nein. Lauf in deiner Welt zu leben. Soll das? Abartig. Was hältst du von... Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Was denn? Blaues... Zeug. Ich weiß auch nicht. Okay. Blaues Zeug. Das ist immer gut. Diese Dornen, diese blauen, mit weißen Punkten drin. Wie baut man die ab? Kann man die mit der Hacke abbauen? Ach, so Bären bestimmt meinst du? Kann man die mit der Hacke abbauen? Kannst du einfach mit der Hand abbauen. Echt? Ich glaube. Ach, die kann man einfach so abbauen. Ja. Egal wie. Okay. Und die Senztest habe ich noch ein bisschen gefunden. Ähm, was hältst du von lebensverlängernden Maßnahmen? Ähm, da ich ja in der alten Fliege arbeite, finde ich die super. Sichert mir auf jeden Fall mein Job. Hä, hä, oh Mann. Ja, also ich hätte mir auf jeden Fall mein Job, finde ich gut. Daumen hoch. Ja. Nein, ich fände es auch super, wenn man... Ja, wenn man sich selbst so ein bisschen länger leben lassen könnte, so. Wenn man so 200 Jahre alt werden würde. Nein, nein, nein. So was wie, ähm, Wiederbelebung und Koma. Ah, das ist jetzt schon wieder, das macht das schon ein bisschen kniffliger. Ähm, das ist echt eine diebe Frage. Wir hatten ja auch in der Schule schon oft durch den Beruf bedingt halt das Thema Sterbehilfe und all sowas und ob das dann selbstbestimmt laufen soll und Pipapo halt, ähm, kennt man. Und, ja, es ist teilweise angebracht, aber es gibt auch Situationen, sag ich jetzt mal, äh, wo jetzt lebensverlängernde Maßnahmen vielleicht nicht so viel Sinn machen würden. Also sag jetzt mal, ganz kontrovers, wenn man, äh, ab dem Hals abwärts querschnittsgelähmt ist. Dann kann man ja, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob man sich gar nicht mehr bewegen kann oder ob man nur noch seinen Kopf bewegen kann. Aber ich glaube fast, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann. Und, also ich sag jetzt mal, für mich, wenn ich in der Situation wäre, hätte ich echt keinen Bock auf lebensverlängernde Maßnahmen. Ich auch nicht. Nur das Problem ist halt, manchmal wirst du da nicht mehr als zurechnungsfähig eingestuft direkt. Ja, ist klar. Und darfst es nicht selbst entscheiden. Das finde ich das Ding, das ist, was dieses Thema so unglaublich schwer macht. Dieses mit dem Selbstentscheiden, Nicht-Selbstentscheiden und so. Wer darf das entscheiden und wann darf das jemand entscheiden? Das, äh. Das ist so schwer. Deswegen kann ich allen nur empfehlen, legt euch früh genug irgendwie eine Patientenverfügung an. Da könnt ihr all sowas auch reinschreiben. Wer darf für euch entscheiden, was möchtet ihr, was möchtet ihr nicht. Ja, ist echt schwer. Aber man kann ja hier zum Glück in bürokratischen Deutschland für alles vorsorgen. Genau. Für alles Papiere. Wir sind bei 20 Minuten übrigens. Okay, dann lassen wir uns noch eine Frage machen. Wir machen ja hier irgendwann weiter oder ich mache alleine weiter, wenn ich morgen weiter vorproduziere. Mal gucken. Je nachdem, wie wir steigen da ein. Das sind einige Fragen. Ja, hast du morgen Zeit? Ja, ich bin krankeschieben im Moment. Perfekt. Okay, weil ich habe morgen Freie. Nice. Gut, nice. Okay, dann auf jeden Fall. Okay, letzte Frage für diese Folge. Da gibt es noch einige Fragen. Okay, das ist jetzt voll deep nochmal. Okay, was? Was ist das Verletzende, was jemals zu dir gesagt wurde? Ähm. Ah, das Verletzende, was jemals zu mir... Mir wurden noch nicht sehr viele Verletzende singen gesagt, deswegen... Vielleicht ist... Ich mache Schluss. Das ist immer so ein bisschen... Ja, das ist ja... Das ist irgendwie immer nicht so cool, aber sonst... Wurde ehrlich gesagt noch nie so etwas Verletzendes gesagt, also... Ja, bei mir ist so... Wenn nicht jetzt unbedingt das Verletzendste, aber... Ähm... Was mich halt sehr traurig und richtig... Also erstmal so fertig gemacht hat, war... Als ich dann erfahren habe, dass... Meine eine Uroma gestorben ist. Das, äh... Achso, natürlich. So in die Richtung. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht gemeint, aber... So in die Richtung würde ich auf jeden Fall sowas sagen. Ja, das ist natürlich schon... Ein prägendes Ereignis auch. Warum liegen hier überall Sachen rum? Hast du seine Sachen weggeschmissen? Ja, so ein bisschen Trap weggeschmissen, so. Muss ich denn wieder alle aufsammeln? Ja. Wir sollten von vorne mal eine Kiste machen oder sowas. Vor allen Dingen, warum wirst du den Essenzdust weg, wenn Drachenkalle den baucht? Ähm... Ja, das ist mir egal, weißt du? Fick dich! Du bist asozial. Direkt. Ja. Direkt asozial abgestempelt. Direkt einfach. Was ist eigentlich dieses pinke Erz, was aussieht wie Eisenerz? Weiß ich nicht, was du meinst gerade. Achso, ich hab das doch im Inventar. Ich kann auch... Aluminium Ohr. Na toll, das kann kein Mensch brauchen für gar nichts. Das ist einfach nutzlos. Ist einfach da. Wirst du so scheiße. Ne, Aluminium brauchen wir richtig dringend für die erweiterten Herzkanister. Okay, dann nimmst du das. Aluminium ist voll wertvoll. Fällt mir gerade ein. Ach, scheiße. Was ist dieses bunte... Brauchen wir das bunte? Äh, weiß ich gerade nicht. Warte das. Okay. Was ist das? Warte, warte. Ich würde sagen... Warte, warte. Ich muss die Folge beenden wegen meinem Speicher. Ich steh mir rite. Wegen meinem Speicher muss ich die Folge beenden, das würde ich sagen. Wir sind bei 22 Minuten, also wie schaut's aus. Ja, aber ich will nicht riskieren, dass der Speicher dann zu voll ist am Ende. Okay, ich will ja noch das abhauen. Du kannst ja schon mal aufhauen. Okay, gut, dann ich geh hier rein. Ich weiß nicht, ob du dich hier auch reinbauen willst dann. Ich bleib einfach... So. Wir stehen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Euer Mystery. Nächstes Mal machen wir dann mehr Fragen.